Guck, die verarscht dich, Alter. Die verarscht dich. Gib dir einen Schlag. Gib dir eine Schelle. Gib dir eine Schelle. Gib dir eine Schelle. Gib dir eine Schelle. Ich bin so schlecht. Ich bin einfach... Scheiße. Ja, ja, ja. Auch noch einen guten Tag, freundlich. Geilo. Was geht? Willkommen zu einer neuen Folge Lena spielt. Das gab es früher schon mal. Und die last da links ist meine wunderschöne Freundin, die Lena. Ja. Ja, schön. Und Lena spielt heute ein bisschen Cowboys and Indians auf dem Hive-Server. Und ich muss ein bisschen vorproduzieren, deshalb dachte ich mir so, ja, lässt du sie noch mal spielen. Da können die Leute ein bisschen lachen darüber, wie gut sie ist. Die ist wirklich gut. Und das ist übrigens Minecraft, Schatz. Was? Wie geht das? Das Spiel ist Minecraft. Warte, das war mit diesem Fight. Ne, warum funktioniert das? Hä? Warte. Eva, was ist... Hä? Tötet mich. Ich muss hier so ein bisschen am Boden sitzen, weil... Familie zu arm ist, mir einen zweiten Stuhl zu kaufen. Das ist echt traurig. Nein, weil du da einen anderen voll mit Müll hast. Das stimmt überhaupt nicht. Erzähl so eine Blödsinn. Nein. Das stimmt nicht. Wie doch schon das Spiel jetzt. Okay. Ja, viele Leute, die es immer noch nicht wissen, Lena ist meine Freunde, nicht meine Schwester. Das wäre ein bisschen ekelhaft. Nein. Nein. Ach, Quatsch. Wo? Eine Rakete. Wo bin ich hier? Schuss hier Fireworks. Darf ich das abschießen? Nein. Das tötet Menschen. Okay, und du bist... Was bist du? Ich weiß gar nicht. Du bist Indianer. Herzchenlück von... Okay. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Das Spiel kennt ihr vielleicht schon. Es gibt die Cowboys und die Indians. Und sie irgendwie jetzt in der... Da spielen ja, keine Ahnung. Take your back nach wie vor dasselbe. Und ja, wie ihr vor dem Namen der Leute seht, ist das jetzt... Der von uns ist auch in Indien, dieser Araber. Und es geht wohl darum, jetzt einander zu beschützen irgendwie. Ich habe das selber noch nicht ganz geblickt. Wir spielen uns einfach mal durch und schauen mal, was dabei rumkommt. Nö. So, ja, mach mal irgendwas Cooles. Da ist ein russischer Panzer. Ja. Was? Dicker Move des Jahrhunderts. Ich glaube, das ist schon richtig so. Nee, das ist... Nee, nee. Kann ich den boxen? Nee, das ist dein Freund. Guck, du hast Punkte bekommen. Fürs nächste und den kannst du töten. Töte den mal bitte. Okay. Ich reine nicht. Am besten sprints du es doch nicht, weil das ist auch eigentlich einfach. Das ist halt dein Schnauze. Guck, die dreht sich schon um. Guck, die verarscht dich, Alter. Die verarscht dich. Gib deinen Schlag. Gib deine Schelle. Gib deine Schelle. Die Schelle, die töten mich jetzt. Ich bin so schlecht. Ich bin einfach... Scheiße bist du. Halt deinen Maul, du wärst selber nicht besser. Ich hätte sie locker getötet. Ich bin gut im Frauen schlagen. Das war... André. Warum kann der... Oh, ich will mir auch ein Süßball machen. Kann der nicht. Das ist der Cowboy irgendwie. Ich weiß nicht. Guck mal, du hast doch hier so Special Items. Hier. Du bist der neue Leader. Was? Das heißt? Pass auf, dass du dich von den anderen gefangen wirst. Wo bin ich? Warum? Du kannst dich blind machen. Was? 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 Ich werde geklaut. Von... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geh doch weg jetzt. Ja, mach ein Feuerwerk in die Luft, damit die Leute wissen, wo du bist. Hilfe. Du... Help. Du bist unglaublich gut. Wow. Mach mal das Feuer da rechts. Was ist das? Fange ich ihn unter mir. Attempt Escape? Das funktioniert nicht. Escape failed. Better luck next time. Ja, du wirst gerade hart vergewaltigt von demjenigen, ne? Du kannst nichts dagegen machen. Mach mir doch um, bro. Wow. Warum steckst du mit deinem Kopf in meinem... Arsch. Ja, das ist... Verdammt. Du bist der beste Cowboy der Welt. Ich hab da nicht gesehen, der Hundesohn. Ja, wow. Hey. Wow, das macht Spaß. Ja. Okay. Scheißspiel. Ne, ne. Komm. Jetzt bin ich sauer. Ich will, dass du einen wenigstens tötest. Ganz ehrlich. Ja, ich weiß doch gar nicht, wo der lang gelaufen ist. Ja, musst du mal gucken. Die kommen da vorne irgendwo. Ja, ja. Es gibt ja zwei Lager. Und Ziel ist es halt, den anderen Leader in die Base zu bekommen. Ja, das hab ich schon verstanden. Aber frag mich nicht in der Sonnenschein. Ich frag mich nicht in der Sonnenschein. Ja, und da komm ich nicht lang. Was soll ich denn sagen? Ja, da geh mal da rechts, da. Da ist rechts. Da ist rechts. Und jetzt geh noch ins rechts, Mensch. Noch ins rechts? Noch ins rechts. Ja, noch ins rechts. Ne, das ist ein Panzer. Ja, da ist einer. Komm, nutz den Bogen. Ne, warte, warte. Ne, ich kann keinen Bogen nutzen. Du hast da noch... Komm, jetzt. Jetzt, 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 ja. Komm. Komm. Töte ihn. Guck. Er versteckt sich. Hundesohn, Hundesohn, Hundesohn. Ja, ja. Du hast eine realistische Chance, jemanden zu töten. Du, oh mein Gott. Sie tötet jemanden. Und? Sie tötet... Sie hat einen getötet. Sie hat jemanden getötet. Eiskalt, das Mädchen, wie sie ausrastet und ihn rasiert hat. Oh mein Gott. Ja, manchmal, ähm... Das war gerade so meine Phase. Ich bin auch eigentlich eine ganz ruhige. Ja, schon krass, schon krass, schon krass, schon sehr krass, ja. Du hast ja noch so Special-Items geholt. Ja, das ist mir egal. Das hat mir gerade voll den Kick gegeben. Ich will noch jemanden. Ja, geil. Ja, geil. Ja, geil, ich feiere das. Oh, ich heule schon. Auf einem Auge, ja. Ich finde das gerade so verpissst. Ich gucke, den tötet ich jetzt auch, weil ich so gut bin und weil mir der andere dabei nicht hilft. Das hat sich unsichtbar gemacht. Da ist schon wieder diese Rothal geslappt. Die dreckige Hure. Da ist noch so eine Rothal. Ja, am besten läufst du mit wenig Erleben auf die Leute zu... Ja, egal. Ich versuch's wenigstens, weißt du? Andere Leute würden jetzt so sagen, so, nein, ich geh vor dem weg, weil... Ich hab weniger Leben, das war bestimmt nicht der hinter mir. Ist schon wieder diese blöde, rothaarige Nutte. Was geht denn mit dir ab? Die geht mir richtig um den Nerv, du. Ich hab dich jetzt. Kleine Wissikku. Ich bin schon... Ja. Krass. Ja, auf jeden Fall. Ziemlich cooler Spielmodus. So langsam blick ich den jetzt auch. Ich glaube, ich hab das auch zwei, drei Mal gespielt. Hallo? Lass mich an! Das ist eine super tolle Idee. Bleib einfach in der Ecke stehen und weinen. Ich hab wirklich Tränen in den Augen, siehst du das? Ja, weil ich so hübsch bin. Ja. Den Stank treibt mir Tränen in die Augen. Die Schnauze. Du bist dich. Du bist dich! Kann man kommen mit den her. Der Lieder der Indians wurde gecoatet. Geh mal da runter. Oh, da! Da, da, da tötet ihr ihn! Los, lauf hinterher, lauf hinterher! Nein! Da ist hier die rothaarige Hure! Die rothaarige Hure, ohne Spaß. Oh, sie wird zusammengeboxt, sie wird zusammengeboxt. Ich hörte sie! Ja! Nice! Sehr nice, sehr nice! Wer ist der Leader? Nicht der, ne? Sondern der tippt da sich... Ich weiß es nicht, der hat sich unsichtbar gemacht. Vielleicht gibt es jetzt einen neuen Leader schon, ich weiß es nicht. Das steht eigentlich über dem drüber. Da hinten sind ein paar Gegner töten. Nutz doch mal die Special-Items, zeig mal den Leuten, was du geiles kannst. Was kann ich denn? Mach mal Speed Dust. Speed Dust, mach den mal an, dann kannst du schneller laufen. Könnte man. Könnte man dann, wenn man das kann, ne? Jetzt läuft es zurück in unsere Base, das ist nicht so cool. Glauben wir da wieder lang? Ich sehe auch schon, die Runden gehen ziemlich lange. Invisible Dust und CapNav. CapNav ist das, wo du hin musst. Das zeigt dir, das ist das Navigationssystem. Das ergibt Sinn, wenn ich das offen hab. Ja, geil! Du kannst noch unten in meine Item-Leiste gucken, wo der rote Pfeil hingeht. Das schwingt unten mit, ne? Das heißt, du kannst das Schwert nehmen und kannst ihn unten auf die Leiste konzentrieren. Und den Hals-Mech, glaub ich, da bist du stärker oder sowas mit. Muss ich mal schauen. Nutz jetzt mal und jetzt auch Schwert nutzen. Das nährt noch Schwert. Oh! Der hat den Hals-Mech mit dir gemacht. Guck mal, der bleibt stehen. Was? Ich glaub, der Junge war Querschnittsgelände. Ich bitte dich, du hast ihm einfach die Beine gebrochen. Krasse Scheiße, wie sie ausrastet. Okay. Plane Spischgesicht. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt hier so zu Ende geht. Ich hab überhaupt keine Ahnung, wie lange so eine Runde überhaupt funktioniert. Warum hab ich grad auf den Ding jetzt gewechselt? Warte, wenn ich da wechsle? Boah, den Trick hab ich das letzte in Kommentaren gelesen. Boah, da war ich richtig stolz. Mit dem Scrollen? Ja, weil ich hab... Du hast dir sonst immer gemacht. Ich bin einfach weitergegangen mit dem gespannten Bogen. Hab gewartet, dass irgendjemand kommt. Dass mich in der Ruhe. Das ist ja auch ne Möglichkeit. Warum steht der Typ da oben? Ich versteh das nicht, ne? Der Hund so... Scheiße! Ach, das hier ist Deutschland. Guck mal, das sind deutsche Flaggen. Das hier ist das... Deine rothaarige Hure. Servus! Hörst du die, hörst du die? Die stirbt jetzt. Die stirbt jetzt. Einfach, weil ich's möchte. Kleine Bitch. Die hasst dich, glaub ich. Die kann mich mal am Arsch kratzen. Kann mich... Sie ist tot. Du bist gut. Ja, aber ich hab sie nicht getötet. Sondern der vor mir. Ja, ich mein, im Endeffekt kommt ihr darauf an, dass wir gewinnen, ne? Nein, ich will eigentlich einfach nur die pinkarige Hure töten. Du bist ganz schön rachsüchtig, Mädchen. Das ist nicht gesund. Mhm. Was sagst du? Bitch! Tja, Menschen, die AFK sind... Werden von mir gefistet. Trotzdem brauch ich ewig... Aui! Da ist schon wieder... Du... Fisch dich jetzt. Ich glaube, es geht einfach darum, dass... Ich hab einfach ein Aggressionsproblem, das ist alles. Ja, ich merk das schon. Ich glaub, das ist gar nicht das Ziel, dass alle Leute so töten da. Sondern wirklich eher, dass dieser komische Lieder von dir gefangen wird, ne? Ja, aber dafür töte ich dann einfach alle. Ja, das bringt ja nichts. Das ist total dämlich, im Spawn zu stehen eigentlich, oder? Ja, weil du immer wieder stirbst. Immer. Ja, blöd gelaufen würd ich sagen. Wie lange haben wir schon? 4 Minuten? Wir haben jetzt schon 8 Minuten, nehmen wir jetzt auf. Und ich würd einfach mal sagen... Ähm... Ja, ich weiß nicht, ob es Sinn macht. Da steht doch Timelapse. Ja, das ist noch richtig lang, das sind ungefähr noch 10 Minuten, ne? Das ist jetzt ganz schön langweilig für Leute zum Zugucken. Ne, das ist voll spannend. Die Schnauze. Deshalb würd ich sagen, wir machen jetzt hier einen Cut, spielen das Ding zu Ende und sagen euch dann am Ende, wer gewonnen hat. Ihr könnt doch jetzt schon mal in die Kommentare schreiben, wer gewonnen hat. Natürlich sind wir das, meine Freunde. Also, bis gleich. Wuhu! Es steht jetzt hier 3 zu 3. Ich glaube, es gibt um 4 Captures. Das sind jetzt ungefähr noch jetzt eine Minute zu... Die Blande hohe, die Blande hohe, die Blande hohe. Ohnhaarig, ohnhaarig ist sie. Wir haben die Facecam jetzt ausgemacht, weil die leider leer ist. Das stimmt. Deshalb müssen wir jetzt ohne Facecam auskommen. Aber ich denke, ihr könnt auch ohne unsere Gesichter das ganze Spektakel hier weiter genießen. Ähm... Ja, wir schauen jetzt mal, wie das Ganze jetzt ausgeht. Ich bin mal echt gespannt, äh... Wer jetzt gewonnen hat, ob jetzt Cowboys oder Indianer. Ich weiß es gar nicht. Und es ist... Was? Wow, du bist wieder gecaptured worden. Spannend, Leute. Es bleibt spannend. Ja, los, nimmst die Rakete, laufen die alle hinterher. Schnell, 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 schnell. Versuch's, versuch's. Und es hat schon wieder geklappt. Kann sein, dass du es überhaupt nicht hinhaut. Die blonde hässliche Hure. Die ist rosa-haarig. Die ist rota. Ist mir doch egal. Bitch, ey. Jedenfall Bitch. Äh, ich glaube, dass du tatsächlich jetzt gleich... Ich hab die jetzt blind gemacht. Ja, die campen da alle schon. Und ich glaube, du schaffst es tatsächlich. Hast die blind gemacht? Ja, kurz. Komm, lauf, 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 lauf. Kann ich die nicht boxen? Nein, das war wer anders. Hilfe! Du bist gleich bei denen in der Base. Ich glaube, die verlieren sie. Warum ist die blöd? Schlampe! Bleib dir stehen! Lauf! Du bist weiter, komm, komm, komm. Okay, es sind noch 30 Sekunden, Schatz, es ist vorbei. Es ist genau jetzt vorbei. Und herzlichen Glückwunsch! Die Cowboys haben gewonnen. Gut, meine Freunde, das war's von Cowboys vs. Indians mit Lena. Lenas Kanal ist in der Videobeschreibung. Schaut auf jeden Fall vorbei. Servierten heißt das gute Ding. Und... Bleah! Genau. Tschüss! Also mit dem. �